Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Chronicles. Wir sind hier dann immer auf dem Schiff und ja jetzt mal gucken. Untertitelung des ZDF, 2020 So, sehen wir auf den Däschern. So, und jetzt sind wir weiter, dass der das nicht hört. Ja, genau. Genau. Äh, der guckt trotzdem noch da runter. Mit Sengbau hängen, drücke RB während du unter einem Forschung stehst, um hochzuklettern. Der Sklaventreiber 15.26 Makao. Die Schong-Yong, die sich jetzt in Jung-Da-Jongs Festung befindet, muss sich nach der Oben durchlagen und auf der Suche nach ihrem nächsten Ziel einen Weg um die Festung herum finden. Und in Upgrades, mehr Wurfenweiser bei 600, erhöhte Betäubungsdauer bei 900 und Upgrade für neue Spiele Plus, verbesserte Gesundheit bei 1800. Mit 100 Nebenziele Jung-Da-Jungs, persönliches Garofen, befreie Begonung 400. um Das war's für heute. Schrift während des Intergums benutze Shangyong ihre spezifizienten Niagefähigkeiten und hoffte einen Weg zu finden, ihre Privilegen als keicherliche Kokobine zu behalten. Dabei entdeckte sie, dass in der Verbotsstaat ein geheimer Krieg ausgefochten wurde. Die Tiger in der Unterführung von Shangyong arbeiten insgesamt für eine Geheimnis namens Templar. Daneben kam es eine zweite Geheimniswurschaft in der kaiserlichen Gesellschaft, die sich Assassinen nannten. Ihr Anführer war Wang Yangming, ein berühmter Fürst und Philosoph, der vor vielen Jahren aus Peking verstoßen worden war, weil er den neuen Nuhun Lui Xin beleidigt hatte. Schnell hatte Shangyong begriffen, dass die Tiger hinter den Kulissen schien und die einflussreichsten Männer am Hof kontrollierten. Da sie bereits genug Macht besaßen, um eine Marinette auf den Thron zu setzen, beschloss sie, Kontakt zu den Assassinen aufzunehmen und sich ihnen anzuschließen. Ja genau, 30.000 Schafschützen. Ja genau, 30.000 Schafschützen. Guck mal, 30.000 Schafschützen. Das war's für heute. So Untertitelung des ZDF, 2020 So, mal gucken, ob der auch hierher kommt Nee, der hatte nur Schriftrolle ist der Schoen-Jung, informierte Wang Yinglang, den Gouverneur von Ying-Jaxi und wichtiges Denker, der erneutbar ist. Sie hat angefangen, ihn zu überwachen zu lassen und bereits wie viele seiner Verbünde identifiziert. Sie waren bereit zuzuschlagen, um Peking von den Assassinen zu säubern. Das Gras im Hoa Maruf, das durch das Fehlen eines offiziellen Kaisers verursacht wurde, war die perfekte Gelegenheit für die Tiger, um umliebsame Gegner auszuschalten. Sie planten eine massive Operation, um die Assassinen loszuwerden, doch dieses Mal verliefen ihre ihnen Fehler. Die Kokubinen erfuhren von der Verschwörung und Schoen-Jung konnte Yang Ming rechtzeitig warnen. Die Kokubinen erfuhren von der Schoen-Jung wurde mit der Schoen-Jung wurde mit der Schoen-Jung wurde mit der Schoen-Jung wurde mit der Schoen-Jung. Die Kokubinen erfuhren von der Schoen-Jung. Sie hat wenig Schaden hoch, Angriffsgeschwindigkeit schnell, Entdeckung, Mittel, Zahlattribute, Wert, Rückenrolle ab, Gegenangriff. Die Lanzenwache verwendet ein Goldau, eine Schoen-Jung, Stangenwaffe aus dem alten Schiene. Obwohl er mit einer schweren Masse ausgedrückt ist, ist dieser Gegner schnell, tödlich und Wert, Rückenrollen ab, also geht ihn aus dem Weg. Diese Wachen sind wahre Schoen-Jungen, meistens hören sie schnell und verursachen mehr Schaden. Ich muss aufpassen, hallo. Ich muss aufpassen, dass sie keine Schoen-Jung haben. Van, hast du dich. Dieser vital ist mein Schoen, nicht wahrer. Wenn ich sie im Schoen-Jung! Oh, wie wird man denn naholt? Es muss sich die Schoen-Jungcomings criticieren. Die Masse teoritimation hat jeder Schoen. Das war's. Ich weiß nicht, was ich hier war. Ich kann mich nicht mehr überlegen. Ich kann mich nicht mehr überlegen. Ich bin da. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.